Es ist soweit, das zweite Game der Gamekiste Januar 2017. Etwas verspätet, aber jetzt geht's aufwärts mit dem neuen Spiel Jotun, oder wie man es immer ausspricht. Ich glaube Jotun ist schon richtig, weil es ist ja aus der Wikinger-Saga, glaube ich. Ja, also genau, ist schon ein bisschen älter, 2015 ist es erschienen und ja, ist sehr positiv auf Steam gewertet. Aber leider etwas unbekannt, wie ich gesehen habe, also es gab so 900 Leute oder so, 900 Bewertungen, also nicht so bekannt. Ja, und ja, gibt's 1499 bei Steam? Ja, dann starten wir mal. Einfach los? Ja, starte. Hast du keine weiteren Informationen? Naja, ähm, es soll sehr schwer sein. Oh, okay, also genau das Richtige für mich. Dann schauen wir doch mal rein. Hm. Dibra, í átt a gyðjusjávarins. Dauðin vært komin til að sækja mig. Baróttu vilji sálarminar myndi ekki næja til að slökfa þorstar ránar í bráðsina. Myrgri kom, en þegar ég vaknaði var ég ekki höll þangs og beina, heldur ég kyrð og þögg. Ja, genau. Wir sind eine Wikingerkrikerin namens Thora und wir sind gestorben. Aber ganz ehrlich, voll geil, dass sie diese Sprache genommen haben, dieses norwegisch-schwedische da drin. Das hatte schon gerade richtig geiles Feeling. Und jetzt sieht man gerade, ich kann hier diese Figur steuern. Genau, und dazu müssen wir noch sagen, es ist alles handgezeichnet, ja? Das sieht so geil auch aus. Okay. Ich versuche mich gerade ein bisschen mit der Steuerung vertraut zu machen. Deswegen seht es mir nach. Also, ich kann mit A so wegrollen. Also, ich spiele gerade mit dem Xbox 360 Controller, also identisch auch zum Xbox One Controller. Mit A kann man wegrollen. Mit X kann man hier so schnelle Schläge machen. Mit Y kann man so einen Schlag aufladen. Und dann macht's Wumms. Ja, ganz normal Analogstick zum Steuern. Und dann gehen wir doch einfach mal durch die Welt. Sieht schon aus wie ein Kerl. Naja, gut, Kerl mit Zöpfen, ne? Die Wikinger auch die Männer hatten Zöpfe. Ha, 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 ha. Jetzt im Ernst? Ja. Nein. Ja. Die Wikinger Männer hatten auch lange Haare. Hammer. Ist das ein großer Baum? Ich glaube ja. Also, ganz hinten sieht man den großen Baum. Dahinter ist, glaube ich, irgendwie... Ich weiß noch, ob das ein See sein soll oder ob das der Himmel ist. Aber ich glaube, das ist ein See oder ein Meer. Das große Meer. Und hier unten sieht man so einen großen Stein. Und ganz viele blaue Lichter. Ich gehe jetzt mal über die Brücke. Boah, das sieht schon geil aus. Ich-Drasil. Ich-Drasil, ja klar. Gut, Herr. Also, das ist wirklich aus der Wikinger-Saga. Mit Ich-Drasil, das ist ja wirklich ein bekannter Begriff. Zumindest einem, der einem am ehesten einfällt, wenn man was damit hört. Ja. Hier ist eine Höhle. Äh. Okay. Der Grabhügel. In Jötunheim. Ich fahre die Borde. Da war es in einer Runde. Ich-Drasil, wenn ich die Runde habe, wenn ich die Runde habe, wenn ich die Runde habe, oder wenn ich die Runde habe, dann noch weiter da zu bleiben. Muss ich das jetzt hier kaputt machen? Ja. Okay, es wächst aber wieder nach. Es lebt. Da ist sie ja, so eine blaue Blume. Oh. Oh. Was ist das? Ab hier beginnt irgendwie... ...was ganz Übles. Kann ich das kaputt machen? Nein, du musst weitergehen. Das ist zeitbegrenzt, Nudel. Ah. Ah. Okay. Ah. Und an den Blumen kann ich... ...ääh... Okay. Was ist das? Huh? Boah, das ist aber... Also... Ich bin echt gespannt. Ganz ehrlich, weil... Ich liebe solche Spiele. Ich kann mit sowas richtig viel anfangen. Das wird wahrscheinlich der erste Gott sein. Mimir erfrischt deinen Geist. Oh lol. Guck mal, wie der uns anguckt. Klingt so ein bisschen nach einem... ...Satiefpoint. Also, an solchen Orten, dass man dann da... ...wieder zurückkommt. Guck mal, das Auge verfolgt uns. schon ein bisschen eklig aha wir haben einen von dreien gehen wir also mal nach rechts was sind da was sind da was sind denn für Viecher hier Tentakeln ich geh einfach mal weg muss ich das Ding auch kaputt machen oh nein ich bin gefesselt da muss ich gar nicht lang wie gemein lass mich hier raus shit scheiß Vieh hey oh ja genau kommt halt 10 Millionen davon ich frag mich halt schon jetzt schon so wo ist es bitte schwer Frage beantwortet muss ich jetzt da rauf oder wieder zurück das ist jetzt die Frage geh rauf ich geh mal rauf weg 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 ich mein wir sind ja noch am Anfang also dieses wohl ist es bitte schwer selbst Dark Souls war in den ersten 30 Minuten nicht schwer die verfolgen einen aber schon so ein bisschen die verfolgen einen aber schon so ein bisschen ich fahre mal weit weiter rennen wo sind wir denn hier mal gucken was das ist jetzt haben wir oben links irgendwas okay wir haben irgendeine heilige Aura kann ich das mit der Maus ne kann ich auch nicht mit der Maus nachgucken wenn ich ehrlich bin die Sprache ist echt irgendwie ein bisschen komisch ist gewöhnungsbedürftig aber ich finde das passt total zu dem Spiel also ich fände es jetzt irgendwie schade wenn die hier wirklich die ganze Zeit auf Deutsch reden würden die tun verlängert dein Leben ach guck mal jetzt haben wir oben längeren Lebensbalken ja wie ich sagte diese Frucht hat jetzt gerade unseren Lebensbalken oben links etwas verlängert das sind diese ja dunkleren Xe die da drin sind die sind jetzt dazugekommen ich gehe jetzt einfach mal hierhin weiter komm ich hier runter oh das hat aber ordentlich Lebenspunkte jetzt gezogen regeneriere ich mich an den Dingern wieder ne okay das war glaube ich jetzt der dritte oh shit also das zieht schon krass Lebenspunkte oh ist das gemein okay okay wann bin ich hier raus ist jetzt meine Frage jetzt muss ich mal gerade warten jetzt geht der untere an oder ich brauche gerade das richtige Timing um hier runter zu kommen jetzt 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 okay so jetzt haben wir alle drei das erste Rätsel das erste Rätsel wohl eher der erste Bosskampf ja toll und nicht mit so vielen Lebenspunkten gerade okay mit dem Schlag kann ich gerade überhaupt nichts aussprechen ah Treffer ist der gerade größer geworden ja ah unten rechts ist der Lebensbalken man sieht den wir sehen ihn nur sehr schwer hier wahrscheinlich etwas besser der ist schon wieder größer geworden oh oh und er trifft das ist natürlich pfuh klar die Waffe wird ja auch immer größer ha unter ihm trifft er mich nicht uuuh 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 bäms wir waren schon tot ja ja wir sind ja auch tot und wir müssen uns eben beweisen ah ja uuuh 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 k ok also wir können weiter gucken aber ich glaube wir haben soweit nichts übersehen ne also wir haben ja Nach Jüngunggagab. Die Lehre Jüngunggagab. Okay. ist das so eine Art Level-System. Also man geht immer in die Leere und kommt so von Level zu Level und muss sich dann immer wieder am Ende eines Levels einen Boss einem Boss beweisen. So verstehe ich das gerade. Nein, einem Gott. Ja, ist doch ein Boss in dem Fall. Was ist das jetzt? Also ich muss sagen, das ist echt wunderschön gezeichnet. Ja. Wir hatten denn einen ruhmlosen Tod. So viel weiß ich. Hast du nachgelesen, ja? Ja. Ich habe mich informiert über das Spiel. Jera. Das ist also jetzt die nächste Gegend. Gütenheim. Okay, Jera ist also die Rune der Ernte. Nachdem wir die Rune der Natur jetzt gefunden haben. Jetzt erwecken wir mal gerade hier wieder unseren Kollegen. Damit wir wieder aufgeladen werden. Danke, Mimia. Jetzt verfolgst du uns wieder mit deinem Auge, ne? Ja. Das sind schöne Pflanzen. Die helfen einem. Ich frage es nur, wofür sind die? Äh. Ho, 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 ho. Äh. Alles, alles gut. Äh. Ho, ho, ho. Passt zur Hölle. Alter. Uh. Uh. Hab ich dich getroffen? Ne? Muss ich an deinen Bauch gehen? Bauchi. Oh, oh, oh. Oh. Boah, das war knapp. Hier hin. Hier hin. Und nochmal. Und. Katsching. Oh. Oh, das hat gesessen. Oh, 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 oh. Oh nein, nicht die Viecher. Muss ich jetzt alle kaputt machen? Oder nicht, oder? Oh. Blume, 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 Blume. Okay. Jetzt fängt die wieder damit an. Jetzt kann ich hier durch. Und los geht's. Und los geht's. Und katsching. Die ist mir irgendwie unheimlich. Geht, geht, geht. Ja, ja, ich muss hier irgendwie durch. Oh. Das war knapp. Diese Kackviecher. Oha. Kommen wir noch mehr. Okay, 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 okay. Okay, jetzt rückwärts. Ich mach mal hier ein paar von diesen Dingern kaputt. Bauchi. Ja, ich muss nur gucken, dass hier der Weg frei ist für uns. Und vor allen Dingen muss ich ein so ein Ding wegmachen, damit ich ausweichen kann. Ja, genau, mach noch mehr von den Viechern. Ja. Shit. Nein, ich komm hier nicht durch. Oha. Alter. Oh. Oh, die ist schon was schwieriger. Muss ich sagen. Weil du willst wissen, dass es eine See ist. Sieht halt aus wie eine See. Und stöhnt wie eine See. Ah. Hm. Ah. Das sieht doch aus wie eine See. Da. Hat lange Haare. Und lacht so komisch. Und hat Tittis. Hehe. Können auch Männerpusses sein. Katsching. Blume. Ach. Ab einem bestimmten Lebenspunkt macht die andere Attacken. Du bist gleich wieder tot. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie ich das... Oha. Ich weiß zwar nicht, wie ich das jetzt eingesetzt habe, aber ich habe mal unseren Heiltrank da eingesetzt. Okay. Okay. Ich laufe. Äh. Nein. Shit. Sie trifft uns wieder. Ja. Das ist echt gemein mit diesen kleinen Kackviechern noch dazwischen. Ah, okay. Mit B kann ich einen Haltrang im Prinzip einsetzen. So, jetzt muss ich erstmal hier die scheiß Viecher gedauern machen. So. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. So, und jetzt zurück. Komm her. Okay, okay. Shit. Hat er mich noch... Oh, Leute, der hat mich auch getroffen. Das ist so gemein, weil die Wurzel hier im Prinzip... Oh, Gift. Uns jetzt hier davon abhält, auszuweichen. Wir müssen uns halt so einen Fluchtweg im Prinzip aufschneiden. Oh ja, genau. Noch mehr von euch. Das habe ich mir gewünscht. Ja, und da war der Fluchtweg wieder weg. Ja. Das ist nicht einfach. Komm schon. Komm schon. Oh. Klar, warum nicht noch mehr? Hat er mich? Nee. Komm schon. Nein. Der war... Der hat nix mehr. Der hat nix mehr. Boah, ist das fies. Der war so gut wie tot. Okay, jetzt ist er down. Hätte ich am Anfang nicht so viele Schläge kassiert, hätten wir das hier locker geschafft. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen konzentrieren. Das ist wieder genau das Richtige für dich, ne? Ich stehe ja total auf sowas. Genau. So, hau erstmal zu. Jetzt muss ich erstmal hier hin. Damit ich hier ausweichen kann. Und jetzt. Okay, das gleiche jetzt hier rüber. Und wieder zurück. Ich muss mir das so ein bisschen immer vorsagen, damit ich... Damit ich nicht aus dem Takt rauskomme. So, jetzt erstmal hier wieder links rüber. Dann kann ich hier wieder rüber. Und... Das blöde Gift! So, links rüber. Und in die Mitte. Ja, dem kann ich jetzt nicht ausweichen. Erstmal hier die Blume befreien. Okay. Das zu dem Thema. Komm schon, gib mir die Blume, gib mir die Blume! Die rastet ja richtig aus! Ja! Alter! Äh. 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 Okay! Riesen-Erbeben. Boah! Okay. Der Kampf war krass. Damit sind wir wieder in der Leere. Ja, das ist ja. aus ungealdrigen. Vizkamauði minnar, Hüggrekki föder minns und Sögerdnar av Góðunum beitumir inblastur til a verða hin fullkomni bardaamadur. Deri haði aldur til, gaf fader minnir mina ostkæru eksi og lifti mir umborði langskipset. Da haben wir mal ein bisschen mehr über die Protagonistkin Protagonistin selbst erfahren und den ersten Bereich von diesen hier damit im Prinzip abgeschlossen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und ich würde sagen, das reicht für die erste Folge. Definitiv. Und ich habe das Gefühl, für dich reicht es grundsätzlich. Nein, alles gut. Ich bin offen für das nächste. Ja, also mir persönlich macht das Spiel echt Spaß. Also, ich kann es immer nur sagen, ich liebe solche Spiele. Also, es macht echt so unglaublich Bock, dieses dieses Erfolgserlebnis. Und wenn man 20 Mal am selben Boss scheitert, scheißegal, aber wenn man ihn dann schafft, dann dieses Glücksgefühl im Körper. Das ist so richtig krass. Und das waren jetzt gerade, wie oft bin ich geschaut, und zweimal, glaube ich, bei dem Boss. Und da hatte ich jetzt gerade schon dieses Ja, endlich, endlich habe ich ihn kaputt. Und ich glaube, das war noch einer der leichten Bosse. Wir sehen hier noch vier andere. Unten links, unten rechts, rechts und oben jeweils. Und wir gucken mal, wie viele wir davon hinbekommen, wie lange die Geduld von Lisa das da mitmacht. Warum ich? Du spielst. Ja, ja, ja. Aber deine Geduld ist halt häufig auch als Zuschauerin relativ schnell erschöpft. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir jetzt erstmal an dieser Stelle mit der ersten Folge von Jotun stehen und bedanken uns fürs Zusehen. Definitiv. Und in der nächsten Sprache fangen wir dann auch an, so zu sprechen. In der nächsten Sprache? In der nächsten Folge. In der nächsten Sprache fangen wir auch so zu folgen. Was? Nein, natürlich nicht. Kutze, Rieke, gar nur. Ja. Weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.